Der Wetzlarer 2007 an gleicher Stelle Weltmeister am Rack geworden, hatte im Mehrkampf Silbermedaille gewonnen und mit der deutschen Riege den dritten Platz belegt. Präsentiert wurde am Rande des DTB-Pokals auch das offizielle WM-Logo. Es wird dominiert von einem in roter Farbe stilisierten Rückwärtssalto, angelehnt an das entsprechende Kurzschrift-Symbol der Kampfrichter. Die Welttitelkämpfe finden vom 4. bis 13. Oktober 2019 statt. Es ist fünfte Kunst-Turn-WM in Deutschland nach Dortmund 1966 und 1994 und Stuttgart 1989 und 2007. In SEM-Jahr werden Weltmeisterschaften in Doha, Katar ausgetragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017